Musik Die Verleihung des Hin und Her zur Projektpreises war ja schon Thema in unseren Oktobernachrichten. Die Jury hatte sich einstimmig für den Projektentwurf Glückssachen, Draht, Dinge der Violinistin Birka Falter ausgesprochen. Wie die Besucher der Laudatio und auch den Informationen im Programmheft entnehmen konnten, erwartete sie kein konventionelles Konzert, sondern ein interaktives, intermediales Konzertkonzept mit ganz unterschiedlichen musikalischen, literarischen und elektronischen Komponenten. Das klingt nicht nach einfacher Kost, meinte der Bürgermeister. Müssten sich die Besucher auch auf schräge Musik einstellen? Also ich hoffe, dass jeder offene Ohren mitgebracht hat, nachdem ja viel romantische Kunstmusik dabei ist. Das ist jetzt nicht allzu schräg, soweit schon, aber ja, es liegt auch immer im Ohr des Zuhörers sozusagen. Also was er als schräg empfindet. Ich hoffe, dass für jeden was dabei ist, dadurch, dass es ja auch viele Sinne anspricht, mit Tanz, PowerPoint und eben auch ganz verschiedenen Sounds, dass hoffentlich jeder einen kleinen Klitschen-Moment oder auch vielleicht viele mitnehmen kann. Zu den sphärischen Klängen, komponiert von Chiara Constantino, erscheint auf der Leinwand ganz allmählich das Gedicht über Malinka, die im Zirkuszelt auf einem silbernen Faden spazierend den Sternen entgegen geht. Glückstraat heißt dieses Gedicht und Birka Falter hatte es als junges Mädchen geschrieben. Nach einigen Minuten schließen sie und ihr Mann Michael sich von der Empore aus den elektronischen Klängen an. Und dann kommt die Überleitung zum Stück Malinka, einer Eigenkomposition von Birka Falter. Hinter der Leinwand erscheint gleichzeitig als Schattenfigur eine Tänzerin. Malinka ist Birka Falters erste Komposition, die sie auch wirklich niedergeschrieben hat. Und zwar im Rahmen ihrer Facharbeit am musischen Christian-Ernst-Gymnasium. Mit Beginn der Oberstufe ist sie von der Erlanger Waldorfschule aus dorthin gewechselt. Als sie von der Projektausschreibung zum Thema Glückssachen hörte, hat sie sich wieder an ihre kompositorischen und dichterischen Anfänge erinnert. Und sie machte sich an die Entwicklung des Konzertkonzepts, mit dem sie sich dann auch in Herzogenaurach bewahrte. Musik Es kamen noch weitere Eigenkompositionen dazu. Zum Beispiel diese Soundcollage des Hebel-Gedichts Glück. Diese Collage wurde bewusst an dieser Stelle eingespielt, erklärt uns Birka Falter bei ihrem Besuch bei uns im Sender. Das erste Schumannstück ist eigentlich ein Kunstlied, das heißt auch das Glück, und ist eben für zwei Gesangsstimmen und Klavier. Und wir haben es dann eben auf zwei Streichinstrumente, die zwei Gesangsstimmen verlagert, und die Begleitung, die Klavierbegleitung ins Akkordeon. Und da dann der Text fehlt, wurde eben die Soundcollage vorhin weggestellt, damit der Liedtext nicht ganz verschwindet, sondern einfach in einer anderen Form nebenangestellt wurde. Und wir haben es dann wenig verbringend, aber das ist ein süßes Disponium. Musik 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 Nach einem weiteren elektronischen Zuspiel folgt eine Eigenkomposition von Michael Falter, Ranjana, was so viel bedeutet wie Freude. Musik 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 Gegen Ende des Stücks tritt die Tänzerin Amelie Schuppau wieder auf. Sie wird auch weiterhin das verbindende Element zwischen den Stücken bleiben. Musik Nach dem abrupten Ende von Ranjana tanzt sie noch weiter, bevor auch sie zum Stillstand kommt. In diese beklemmende Stille hinein wird ganz langsam der Text von Goethes Gedicht »Meeresstille« eingeblendet. Tiefe Stille auf dem Wasser, ohne Regung ruht das Meer. Eine bedrohliche Situation für die Besatzung eines Segelschiffs. Die Vertonung von Felix Mendelssohn Bartholdy hat Michael Falter für die Ensemble Instrumente umarrangiert. Musik 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 In Goethes Folgegedicht »Glückliche Reise« lichtet sich der Nebel und wirkt die Nebel. Der Wind kommt auf, der Wind kommt auf. Musik 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 Als Übergang zum letzten Teil des Konzertprojekts kommt eine Einspielung von amüsanten Definitionen von Glück. »Glück« »Glück ist etwas, das uns Menschen schon immer beschäftigt hat. Bereits seit der Antike befasste sich alles Totenes mit der Glückseligkeit. »Glück« »Glück« ist aus medizinischer Sicht das Resultat der Ausschüttung und Weiterleitung bestimmter Bodenstoffe im Gehirn. Im Mittelhirn liegt eine Ansammlung von Nervenzellen, die letztlich den Ursprungsort des Glücks- und Belohnungssystems darstellen. »Glück« Bei den Improvisationen zu Schumanns »Glückesgut« bietet sich Gelegenheit, die Ensemblemitglieder vorzustellen. Am Akkordeon »Oksana Reiter«, an der Gitarre »Johannes Lang«, am Cello »Chiara Constantino«, an der Viola »Michael Falter« und an der Violine »Birka Falter«. Sie wohnen alle in Nürnberg, kennen sich von der Hochschule für Musik und haben 2019 das Ensemble Katharsis gegründet. Alle unterrichten bis auf Michael, halb-halb sozusagen. Hälfte Unterrichtstätigkeit, so als festes Standbein und Hälfte Konzertleben. Und bei Michael ist es so, dass er ausschließlich künstlerisch arbeitet. »Glück« 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Dieses Stück heißt Liebe und ist eine Komposition von Birka Falter. Die Komposition von Birka Falter Die Komposition von Birka Falter Die Komposition von Birka Falter Bei der letzten Improvisation tritt die Tänzerin noch einmal auf und verbindet alle Beteiligten mit dem silbernen Faden, dem Glücksdraht, dem Leitmotiv des Projekts. Die Komposition von Birka Falter Die Komposition von Birka Falter Die Komposition von Birka Falter